Hallo liebe Fußballfreunde, willkommen auf Werners Fußballecke. Ja, heute habe ich ein neues aktuelles Bundesliga-Quiz für euch. Und zwar, heute solltet ihr raten, wer von zwei Bundesligaspielern insgesamt die meisten gelben Karten hat. Die Daten sind aktuell vom 29.03.2022. Und zum Schluss habe ich noch eine Bonusfrage für euch. Dann viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, liebe Bundesliga-Freunde, das war's für heute. Hat's euch Spaß gemacht? Wenn's euch Spaß gemacht hat, könnt ihr auch gerne mit euren Freunden teilen das Quiz-Video. Hier oben seht ihr gerade eine Playlist von mir und meinen Abonnenten-Button. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Fußballkanal, Werners Fußballecke, abonnieren würdet. Dann viel Spaß, tschüss.